Yo Leute, und herzlich willkommen zu einem Rödel Skyboard auf dem GOMM-HD Server. Wir spielen mit Marcy und soweit ich das gerade gehört, haben wir kein Glück. Ja, nur Scheiße aus den fucking Küsten bekommen. Alter, ich hatte einen Leck, oh mein fucking Gott. Alter, ich hab's gesehen, Junge. So, und Kollege Nummer 1 ist weg. Ab ihn. Du Wichser. So ein Wichser. In der Tat. So ein Wichser. Pass auf, pass auf, pass auf, die kommen, die kommen, die kommen. Okay, port dich rüber, als Ablenkung und dann komm ich. So ein Wichser, weißt du das eigentlich? Den nächsten Kill bekommst du, Alter, versprochen. Und, 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 komm. Alter, hast du den da oben? Natürlich den da oben, der weiß nämlich von nichts. Okay, klasse. Und, und, oh nee, ich glaub da hat ein Knockpick auf sein. Ich bin gleich tot. Was? Ioooooo, wow, scheinlich. Alter, da könnt ihr doch ganz einfach runterschubsen. Ey Junge, geh doch jetzt endlich. Pass auf, Marcy, trink den, trink den Fire Resistance Trunk. Ich hab Gold Apfel genommen. Komm, 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 komm. Ja, trink den Fire Resistance Trunk, sonst stirbst du noch oder so. Easy. Du hast gewonnen, man. G, wuhuu. Oh, Leute. Oh, Leute. Egal, wie gesagt, wie hast du Shotgun geschossen, auf den Like-Button klicken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss, Leute. Oh. Tito sendin' me beats like, bake this. Dreaming high up, feelin' so waitless. In a 1, a 2, a 2, a 3, a until 2, a 3, a 3, a 3, a 4, a 5, a 3, a 4. Paint Zer Vega, alles in sure does alles in der Lage mit Chiefs und jetzt bei takieremten Verار�,